Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik. Heute mit den Abbildungen, einer Fortsetzung der Mengenlehre sozusagen. Es geht um Abbildung und Relationen und für die ITler unter euch, die vielleicht schon ein bisschen Programmiererfahrung haben oder da gerade auch dran sind, wir sprechen auch über Funktionen, wenn wir von Abbildung sprechen. Das eine ist quasi das andere, also es ist genau dasselbe. Und deswegen heute ein sehr praxisnahes Video, wo ich euch eine kleine Übung auch mitgeben möchte, zumindest den Leuten, die ein bisschen coden können. Okay, also was genau ist eigentlich eine Abbildung? Eine formale Definition für eine Abbildung ist eigentlich was, was wir nie vorher gehört haben, wenn wir uns nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Was schade ist, denn ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine Situation an. Also ganz formal gesehen haben wir zwei Mengen, A und B, die zum Beispiel so aussehen können. Die Menge A mit den Elementen 42, 43, 1337 und 1338 und die Menge B mit den Werten 1, 2, 3 und 4. So, und wieder erwarten, also hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Mengen können alles beinhalten, ja. Also jedes einzelne Element kann hier drin sein. Das heißt, wir können hier die Zahlen 1, 2, 3, 4 drin haben. Wir können aber auch beliebig viele Zahlen hier drin haben. Wir können auch unendlich, also tatsächlich unendlich viele Zahlen hier drin haben. Und wir können zum Beispiel auch Zeichenketten hier drin haben, sowas wie Hallo oder Hallo Welt oder 1, 2, 3, 4, ja, als Zeichenkette. Wir können da alles drin haben, auch ganz eigene Sachen oder Kombinationen. 1, 1, 1, 1, 2, 3 oder sowas. Also grundsätzlich ist hier alles erlaubt. Deswegen Mengen. So, jetzt haben wir diese beiden Mengen, in dem Fall Beispielmengen, die relativ simpel sind. Und wir können über diese Mengen eine Abbildung oder Funktion F definieren. Wir nennen die meistens F, aber ihr könnt sie theoretisch auch nennen, wie ihr wollt. Eine Abbildung F von A nach B, also von der einen Menge in die andere Menge hinein, ist quasi eine Vorschrift, die wirklich jedem Element aus A genau ein Element aus B zuordnet. So, das ist schon die erste Hürde, die man gehen muss, okay? Wenn wir das Ganze schreiben, schreiben wir F von A nach B, also von der Menge A in die Menge B hinein und wir bilden ab ein A auf F von A. Okay, kleines Beispiel hierzu. Das ist nicht das Beispiel, das abgebildet ist, weil es zu groß ist, aber das kennt ihr vielleicht aus der Schule. Wenn wir die Funktion F von X gleich 2 mal X haben, dann ist das eigentlich eine relativ simple Funktion. Aus 1 wird 2, aus 2 wird 4, aus 8 wird 16, aus 2,5 wird 5, sowas halt. Also wir verdoppeln einfach die Zahl, ja. Das ist im Endeffekt eine ganz stinknormale Funktion. Wenn man sie jetzt formell richtig hinschreiben möchte, mit den Mengen, von denen sie auch abgebildet werden, dann schreiben wir, oh, so, den Fehler lasse ich, glaube ich, tatsächlich sogar drin. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Ich habe F von A geschrieben auf 2 mal X hier, ja. Das war hier gerade eben noch ein A, das war nur ein Buchstabe, der vertauscht ist. Hier ist wichtig, dass wir denselben variablen Namen immer nehmen. Wir haben hier oben A auf F von A, weil A bezeichnet häufigerweise mal ein Element aus A, aber das ist auch nur ein Name. Ja, wir können das Ding nennen, wie wir wollen. Und in unserem Fall, wir bilden hier die reellen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, aber auch Minus 1, Minus 2 und auch die grummen Zahlen, ja, 1,1, 1,2, 1,3 und so weiter und so fort, bilden wir alle ab auf reelle Zahlen. Das heißt, unsere Mengen hier sind die reellen Zahlen und die reellen Zahlen. Sprich, wir können hier jede Zahl rausnehmen und picken da eine andere Zahl raus, die da für uns passt. Und zwar nach der Vorschrift. Wir nehmen die Zahl und verdoppeln sie einfach, ja. Und was das bedeutet für uns ist, jede Zahl aus den reellen Zahlen hat eine Abbildungsvorschrift. Das heißt, ich kann diese Funktion für jede reelle Zahl aufrufen. Das ist super praktisch und ich kann damit wirklich einiges machen. Aber natürlich funktioniert das nicht für unsere beiden Mengen. Unsere beiden Mengen sind sehr viel einfacher als die reellen Zahlen. Es sind lange nicht so viele Zahlen da drin, ja, sondern es sind nur vier Stück drin. Und zwar einmal die 42, die 43, die 1,3,3,7 und die 1,3,3,8. Das heißt, ein weiteres Beispiel für euch wäre, wenn ich diese Mengen hier habe, ich kann zum Beispiel meine 42 auf die 1 abbilden, meine 43 auf die 2, meine 1,3,3,8 auf die 4 und meine 1,3,3,7 kann ich auch wieder auf die 1 abbilden. So, jetzt haben wir hier oben nochmal ganz kurz drüber nachgedacht, was wir hier eigentlich gesagt haben. eine Vorschrift, die jedem A in A, also jedem Element aus meiner Ursprungsmenge, dazu oder meinem Urbild, dazu kommen wir nachher noch oder im nächsten Video noch genauer, was genau hier oder wie genau diese Mengen definiert sind. Jedes einzelne Element in A braucht ein, und zwar genau ein Element in B. Andersrum muss das nicht der Fall sein. Wir können durchaus alle Elemente hier auf 1 abbilden. Das wäre dann die Programmierfunktion return1, ja. Und das geht natürlich, das ist fein, aber was wir nicht dürfen, ist, wir dürfen ein Element hier drin nicht unabgedeckt lassen. Und das ist auch für die Informatiker oder die Programmierer unter euch mega wichtig, denn wenn wir jetzt eine Funktion f haben, die die Werte 42, 43, 1,3,3,7, 1,3,3,8 abbildet und eine Zahl zurückgibt, eine Zahl aus B im besten Fall und ich sage dann einfach, okay, für 42 gebe ich das zurück, 43 das, 1,3,3,8 gebe das zurück, aber 1,3,3,7 definiere ich mir einfach nicht, was das zurückgibt, dann wird euer Programm einen Fehler werfen, wenn man die 1,3,3,7 da reingibt. Das ist klar. Denn, ja, das Programm weiß einfach nicht, was es tun soll. Das heißt, jedes einzelne Element aus A muss ein Bild oder ein Ergebnis von f von A haben, jedes einzelne Element. Was mit den Werten aus B passiert, ist völlig egal. Die können alle abgedeckt sein, müssen sie aber nicht. Manche Elemente können doppelt abgedeckt sein, müssen sie aber nicht. Manche Elemente können gar nicht abgedeckt sein. Das ist komplett von eurer Funktion abhängig und die dürft ihr theoretisch so programmieren, wie ihr das wollt. Wichtig für euch ist nur, ihr wisst, was A ist. Das heißt, welche Werte eigentlich alle überhaupt erlaubt sind und ihr habt für jedes einzelne Element da drin eine Antwort aus B. Und ihr wisst auch, welche Menge B ist. Wie gesagt, das können die reellen Zahlen sein. Das wäre dann zum Beispiel einfach eine Gleitkommazahl beim Programmieren. Ihr könnt aber auch ganze Zahlen haben. Das wären dann die Integer-Zahlen, also als Ergebnis dann quasi. Ich weiß, es gibt Overflow und sowas, aber das jetzt vereinfacht. Und ihr könnt aber auch Strings als Ergebnis haben. Das würde auch wunderbar funktionieren. Selbstverständlich auch als Eingabe. Okay. Und ja, jetzt eine kleine Übung hier. Versucht mal in die letzte Funktion zu gehen, die ihr geschrieben habt. Und versucht dort mal rauszufinden, was sind eigentlich A und was sind B. Also was ist die Menge A und was ist die Menge B? Was kann ich eigentlich alles reinstecken und was kann ich alles rausbekommen? Und habe ich vielleicht sogar ein Element, das ich reinstecken kann, für das ich aber kein Ergebnis habe? Schaut da mal genau drauf, ob das vielleicht bei euch der Fall ist, denn das kann wirklich helfen, wenn ihr Fehler finden wollt. So, wir gehen natürlich noch weiter. Das war jetzt erstmal nur eine erste Definition von Abbildung und wir schauen uns dann noch sehr, sehr viele Begriffe an und sehr, sehr viele besondere Abbildungen zum Beispiel. und die werden uns auch immer wieder über den Weg laufen. Das heißt, bleibt da auf jeden Fall dabei. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.